ja willkommen mein name ist dann ihre und ich begrüße euch zurück zu let's play megaman x8 in der letzten folge haben wir nichts erreicht und davor auch nicht und was zum teufel die wäge zentrum wird offenbar die trümmer völlig blockiert kein normaler ploid kann zum zentrum vordringen weil durch die twin nein ja ich wollte euch schon letztes mal das hier zeigen ich könnte euch das hier zeigen aber das mache ich so alles am ende als erstes gehen wir hier in wir üben rache an diesen einen typen ich muss mal überlegen leid die beine da wer sich vielleicht aus meinen ersten parten erinnert er weiß noch dass wir ihn schon mal angetreten sind der wird dann blaues wunde erleben weil ich plan diesmal nicht zu verlieren naja ich bin mir sicher hat hat man alles schon mal bei glaubt mir diesmal wird es hier viel einfacher da haben wir alle schon gesehen da muss ich nicht erklären der roboter der verfolgerung macht alles kaputt den ist alles egal und wir jetzt auch alles egal ich komme jetzt gerade frisch aus der letzten aufnahme und ich will vielleicht ja einfach nicht bekommt keinen schaden wie geil und ich kann mich aufladen ja von ihm bekommt bestimmt auch sagen ja aber das ist jetzt so einfach gerne ja erinnert ihr euch noch hier kann man schön dinge ist verhandelt vielleicht gleich zeigen ich habe noch einfacher zu erledigen ist jetzt sagt na bitte kann ich was für dich tun wir können nämlich so abknallen dann verlassen diese roten dinger die 50 metallik da weiß ich jetzt dass die ganze zeit machen werden gleich folgen da ist weil wir genau so macht aber so macht das auf lindis aber wenn wir freuen dann könnte man das recht sind da auch kaputt machen aber naja wenn du jetzt mal hier bleiben können jetzt würdest du vielleicht ein paar metall jetzt haben wir glaube ich auch schon zwei dreimal gemacht man muss ja nicht unbedingt erklären dafür ist gar nicht der schuss oder wir glauben nicht und stelle auf dafür abgibt und mit ex schneller laufen einfach durch sagt das ist übrigens ein kleber letztes mal bekommen haben ja ist gut okay du willst mich verarschen wenn ich verarschen mir gerade vollkommen egal mit der typen zu sagen hat gesicht mich eigentlich verarschen wie soll ich jetzt durch die eine level kommen wird mich eigentlich total auf nahe ich mache es doch nicht mal jetzt bock die musik von denen wir anzuhören das mein lieblingslied im spiel wie soll ich denn jetzt durch den eigenen raum kommen mann ja übrigens falls jetzt noch nicht mitbekommen hat der typ ist anfällig wieso okay jetzt weiß ich überhaupt nicht was ich machen soll wisst ihr was das lasse ich mir nicht das lasse ich nicht mit mir machen ich lade jetzt noch mal den spielstand der misst hat sein und er müsste dann eigentlich eigentlich noch mal haben er müsste dann eigentlich noch mal auftauchen okay er erscheint also in der nächsten level ja ist gut so er muss jetzt eigentlich auftauchen sonst hat mir richtig wie sie verarschen so er ist in der nächsten level aufgetauchen die ich betreten habe das heißt er müsste jetzt da auftauchen oder jetzt auch glaube ich alle drei level auf oder so er muss jetzt das heißt er muss jetzt hier nochmal auftauchen er geht einfach nicht anders so lasst mich durch ja ist gut ernsthaft wenn er nicht hier auftaucht ne ich schrei schrei dann so gut zusammen wenn dann statt die verdammte level so oft neu ist der nahe bis der irgendwann da auftauchen dann sehen wir uns dann später da ich habe zeit schon spät abends wochenende ich habe sowieso nichts zu tun brauchen ich habe zeit zu investieren noch mal bloß das überlegen ich bin ja ich bin der klüger ich bin der mensch ich bin der mensch aber aber den klügeren lässt schreiten wenn er jetzt nicht da auftaucht ernsthaft bitte verlange nicht viel verlange ich nicht viel wieder wunschlos glücklicher wird schon toll finden wenn er hier jetzt auftauchen will dann muss ich natürlich erledigen weil es ja kein problem hat er gesehen hat ich habe zwei heiltränke das ist gar kein problem da müsste nur auftauchen ich bin eigentlich ganz cool ich würde auch teufel wenn er auftauchen würde also bitte schön ja 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 ich war noch nie so froh dich zu sehen so jetzt lieb ich mir aber auf einen fairen kampf mehr oder weniger ich will ja was von dem typ aufzeigen auch da aufbauen vollkommen ja er ist eigentlich nicht so schwer weil ich stelle mich immer bei ihm blöde an und wenn du jetzt nicht tot ist ich habe lebensdrang bei mir bei dir verballert so jetzt raus hier raus und wie ich lande nicht hier wenn ich verrecke diese norm gibt es auch von beiden zusätzlichen teleporter in der wofür mag so ab hier weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr kommt ok zum glück euch folgen ist hallo so du hast gewusst dass ich so episch spielen würde leider wird das schon automatisch ausgerüstet auch wenn ich mal anderes veranderte aber wir haben das dritte körperteil von entweder rot oder blau dann schon mal gut bekommen wir haben okay wir haben einen roten wenn wir jetzt hier so auf dem gegner losgehen dann bleib mal die automatsch an so auch nicht mal zurück auch schnell durch war ok muss ich noch mal machen ach ja ich weiß ich will so umdrehen dass wir hier reingehen oder hier keine ahnung war bin ich fortwert schafft da wenigstens haben wir als körperteil ok ja ich glaube hier muss man das weiß man hätte ich mir mal so ein waffen oh gott ich bin tot und ich habe natürlich nicht mehr mein gott danke boah 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 bist du denn hä da ist der teleporter was macht der denn hier ey hallo So, ich würde gerne irgendwo in Sicherheit sein, danke So, ich denke mal, ich mache hier einen Schnitt an dieser sehr einladenden Stelle Wir sehen uns, tschau Ob ich nicht vor Ort geschafft habe